So, kann ich dann direkt anfangen und dich mal kurz mitnehmen? Kannst du. Danke. Gut. Ich habe das Gefühl, Maurice ist schon Feuer und Flamme für Kim. Ich frage mich nur manchmal, ob Kim das genauso sieht. Wir können ein heimlich Händchen halten. Okay. Ganz heimlich. Ganz heimlich. Sorry. Kims Hand. Super groß und unheimlich gut zu halten. Und ähm ... Ich glaube, der könnte mir auch seinen Fuß geben. Aber egal was, es fühlt sich irgendwie alles gut an. Ich kann mit reinem Gewissen sagen, dass ich weiß, was ich alles hatte. Und ich weiß, was ich jetzt will. Und ich weiß auch, was ich für die Zukunft will. Ja. Das bist, glaube ich, aktuell sehr, sehr stark du. Ja. Oh, these ghosts and all those powers, it doesn't scare me. Kurz, stop bitte. Moment genießen. Rest ausblenden. Und dann wieder auf Play, weil es weitergeht. Das wollte ich dir nur mit auf den Weg geben. Danke. Und dass ich das, was wir hatten, sehr, sehr schön fand. Und ich nicht umsonst die Zahnbüsse über dir liegen lassen habe. Die liegt da auch noch. Sehr schön. My heart belongs to you. Also Maurice ist richtig entflogen. Und ich glaube, er ist langsam so ein bisschen verletzt, weil er nicht das Gefühl hat, es zurückzubekommen von Kim. Das ist ein bisschen wie GZS zu den ganz Kleinen. Ich sehe Maurice aber wirklich nicht neben Kim. Also in Zukunft sehe ich einfach nicht. Ich kann mich nicht so umdrehen. Ich weiß nicht, wie weit die weg sitzen oder auf dem Fokus sitzen. Sag ich mal. Ja. Guck mal. Weißt du, die gucken? Natürlich gucken die. Wir haben das natürlich alles ganz genau beobachtet. Wir saßen dann da und haben überall die Augen gehabt. Eigentlich dachte ich, Maurice will knutschen. Aber mit Kim wäre das aber unangenehm vor der Gruppe. Ja. Okay. Gehen wir zurück. Dann gibt es böses Blut. Gibt es das nicht immer? Ja. Aber ich wohne halt noch ein bisschen länger mit den Jungs unter einem Dach. True Story. Ich finde es einerseits süß, dass Maurice mir so schnell seine Gefühle erklärt und auch offenlegt. Andererseits setzt mich das natürlich auch ein wenig unter Druck, weil wir sind noch nicht am Ende dieser Reise. Und es sind noch viele andere tolle Männer da. Ich suche bei Prinz Charming meinen Traummann und ihr sicherlich die nächsten Videos. Die gibt es hier. Und wenn ihr ganze Folgen streamen wollt, geht es hier entlang. Und vergesst nicht, uns ein Abo dazulassen. Bis zum nächsten Mal. 는데 windows